So, also meine Aufnahme läuft, Ronny, komm in die Mitte. Komm in die Mitte, du bist die Erste, was geschossen wird hier. Kann ich das ausschalten? Ich schätze, du hast ein bisschen das Erzlager im Gesicht. Ach ja. Ich habe nur gerade gemerkt, dass man aus F6 das Rückausblenden hat. Ich nehme jetzt schon fast eine Minute, darf, kann mal jemand Begrüßung machen hier? Ja, hallo und willkommen zum Livestream zu Imperion heißt das Ganze. Mit dabei, der Eddy, der Ronny und das Beste zum Schluss die Jackie. Hallo. Hallo. Schleimer. Kuss und rausgehauen, super vorbereitet das Ganze, hat auch kaum gedauert. Ja, 25 Minuten bin ich schon am Stream. Ja, perfekt vorbereitet. Ich habe keinen Plan, was ich mache, aber irgendwas. Ach so, du hast zu mir gesagt, ich soll den Keller ausbauen, das heißt, ich bin heute das Kellerkind. Ja, genau. Zwift, da hätte ich für dich noch ein paar Betonblöcke für die Wände und so. Ah, ich habe nämlich jetzt jede Menge Eisenblöcke gemacht. Ja, die brauchen wir für, ich würde trotzdem den Boden ganz gerne als Beton machen. Ach na gut, wenn du noch Betonblöcke hast, weil ich habe so einen Scheiß nicht. Oder ich habe mal was zu essen. Ich habe dir zwei Kisten hier mal in die Base reingeschmissen, da ist das Zeug. Einfach so. Einfach frivol. Ohne schlechten Gewissen. Reingeschissen, äh, geschmissen. Ja. Vor allen Dingen, jetzt hat Major gesagt, das mit dem Biokraftstoff ist so einfach und dann hat er nichts mehr drauf gesagt, ne? Ah, stimmt. Ja, wir brauchen nur die Algen, aber ich weiß noch immer nicht, wie wir die Algen farmen. Keine Ahnung, in unserem See sind keine Algen. Ich habe den schon komplett durchgenommen, ne? Okay. So, ich will jetzt mal gucken, ich will uns einen Bodengleiter machen für vier Personen. Ich finde das so geil, dann können wir nicht so vier Tausflüge machen. Oh, das weiß. Und das ist so jetzt mein großes Ziel, mal gucken, was ich da alles... Genau. Und der BeatBuff ist so eben im Livestream eingetroffen. Willkommen, BeatBuff. Echt jetzt? Und ich habe hier so eine wunderschöne... Muss ich die noch alle lernen? Treibstofftank O2K? Ich kann das Zeug vom Workshop nicht wieder aufmachen. Ja. Boah. Das wunderschön. Boah, das schalde. Ja, doch, das, das kann man machen. Habe ich jetzt die Schwerglöcke schon wieder gemacht. Herrgott zum Himmel. Ja, sie haben gerufen. Ja, 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 hallo. Ah, warm, warm. Zerlegen, wir haben es doch. Ah, geht doch. So, und da werde ich mal die Blöcke austausch. Ich habe einen Tomatenkeim bekommen. Stahlblöcke, Betonblöcke, genau so. So, dann hat mir einer zugehört. Was ist so? Ich habe Tomatenkeim bekommen. Ja, Tomaten sind immer noch die blöd gesucht, das letzte Mal. Ja, du musst nur die Uhr einhöhert wurden. Und da hat ein bisschen. Aber zu wenig Punkte, wenn es nur diese. Ach so. Ich habe die gar nicht freigeschalten wo es der lief wir könnten den so langsam platzieren platzieren blablabla blablabla bläden ich habe schon gesagt dass der bietbar im stream angekommen ist ja habe ich gesagt der ist im stream der ist da und der freut sich schwierig er ist da mittendrin statt nur dabei also na gut mittendrin statt nur dabei sein tier ich hab ein gift bis auf eine offene wunde und wer sieht der alles noch mittendrin ist statt nur dabei der kann man gerne unten den link in der videobeschreibung gucken der eddie streamt gerade live und die jackie immer vorbeigehen und meine runde los spammen in sachen däumchen nach oben däumchen sind däumchen so äh keller ist fertig was das ging aber schneller ich musste da nur noch einen boden reinmachen nee der sollte doch viel größer werden was kann ich denn dafür dass du den so klein baust ja nee der muss da nach hinten und noch weiter runter du bist ja krass und bewegt die aus dem sind das nur zwei bis zwei oder drei blöcke hoch zwei blöcke ja zu wenig zu wenig es muss da unten rein das ganze der kern muss rein die oder die tanks müssen rein treibstofftank muss rein der generator muss rein bis wir daheim ja mit dem gegengift ein biokraftstoff habe nur so wenn ich jetzt hier keine umbauen muss weil ich die ganze zeit nur bauen will ja mit biokraftstoff kannst du ja von mir noch was haben aber ich gebe es dir nicht weißt du die verlangen von mir dass ich hier durchweg baue und ich hab nix ja ich bekomme nicht mehr treibstoff wo ich den beton wieder weg den ich hierhin gemacht habe toll ich trotter ab du zerstörst du den oder baust du den ab dem beton ähm ich lege dir mal zwei biotreibstoff hier hin demontieren demontieren ja dann bekommst du zumindest glaube ich ein paar ressourcen wieder raus ja okay dann werden wir demontieren das heißt wir das ist ja blaustrahl das ist schön der blaustrahl hat er noch blaustrahl kann ich betonklöte achten äh vielen dank für den treibstoff nur so an dieser stelle und zwar ist es wieder das hilft die bedankt sich für nichts obwohl das noch nie so hieß aber ich sage es einfach mal so so alles klar wir sprechen ja ich mache mal 30 40 betonblöcke hier wir müssen definitiv tiefer ja wir müssen also ich wäre ja dafür gewesen ich zeig dir das mal so wie ich mir gedacht habe ich wollte hier stehen wir ganz so viel es ist muss nur drei blöcke tief genau das heißt du musst und dann würde ich auch da noch ein bisschen weiter rüber gehen warte ähm ne auf zerlegen nicht auf dem oder also was jetzt bei zerlegen musst du klicken dann bekommst du gesteinsmühle raus genau da war ich doch drauf so da baust du gerade ab ich werde noch ein bisschen rumpeln ja das hier wird dann praktisch ich würde das hier als oberkante nehmen das heißt von dieser ebene hier ab und drei blöcke runter ok 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 als schön dass man aus aufgaben die aufgaben die wir zu hause erledigen na dann haben wir was zu tun und bau es halt vielleicht so dass du nachher wieder hochkommst zu uns ne ja ja ich muss ja erstmal bauen ja irgendwann mal ne ja ist jackie nicht dran dass sie die fahrstelle baut ich habe schon vier dinger gebaut ok dann kann ich dann kann ich ja die mal platzieren ich nehme dir auch noch gleich du hast doch draußen dieses kapseltal hingestellt ja da musst du noch das musst du noch freischalten was ist dass wir alle dran kommen ja genau damit wir uns daran vergehen können wenn der rolle nicht da ist ja ich lege dir hier noch mal ein paar betonblöcke hin und jetzt kannst du nämlich auch gemütlich mit dem fahrstuhl hoch sondern hier die kann ich jetzt nicht mit bohrer ausversehen abreißen oder so doch kannst du nehmen bohrer eigentlich glaube ich nicht dann kann man zumindest mal der hund drunter und wieder hoch ja ok dann werde ich mal ein bisschen weiter bauen perfekt ja oder ist er ja ich komme nicht mehr raus alles klar wie sieht es denn jetzt eigentlich mit ich glaube ich mache mich in der zeit jetzt ist sowieso anfang der folge und ich muss wieder ein bisschen farmen ich glaube ich hol gar kurz ein bisschen kupfer tötten 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 was ist hier bei mir steht das das zeug auf dem kopf was hast du getan was ist hat sich schon mal jemand von euch aufs motorrad gesetzt nein setzt euch mal drauf steht dann bei euch auch das ganze spiel am kopf oder nur bei mir warte ich guck mal nein vielleicht hast du auch was in den monitor umgedreht das kann passieren eher selten aber kann schon mal vorken jetzt habe ich schon wieder den monitor auf den kopf gestellt es passiert sowas ah ja jetzt passt es bei mir auch wieder das war habe ich das motorrad war das aufgebaut jetzt läuft es wieder jetzt geht es wieder ok das hast du auf den kopf gestellt ja es ist eine alpha ist not a bucket to feature ja ich habe nicht umsonsten spitznamen checke die mörderpuppe hey den kopf ziemlich hallo lp danke mir geht es gut und selbst freut mich natürlich sehr leute seht ihr das auch was da oben rumfliegt ich sehe gar nichts ich bin immer noch im keller wahrscheinlich kein fahrer über der über der base über der ehemaligen fliegt bei mir so ein gerüstetigen rum ok ja das sieht ganz komisch aus hat noch irgendjemand von euch verdorbene lebensmittel hat noch jemand von euch biotreibstoff ich hab zwei biotreibstoff ach da liegen noch fünf passt schon ohne ohne biotreibstoff ohne kupfer abbauen wollen ist natürlich eher schlecht dann sieht es auch schlecht mit dem hier mit dem kellerkind aus ne das Fleisch am rumbuddeln ist aber es wird es wird wer gar nichts ohne den treibstoff funktioniert das gerät nicht wir brauchen mehr power mehr power unser kriegsgericht braucht treibstoff ich habe fast ins wasser gefahren hier was machst du denn da das arme aufschlürzen schade kann kein like geben ich habe nämlich schon auch schade es tut mir leid dass du schon geliked es tut mir leid jetzt steht bei mir schon wieder alles auf dem kopf aber doch nicht es war was machst du doch ich habe mehrere oh ne mehr als altes Snack nur bekommen kann ich mit dem auch rechtsklick irgendwas machen nö oder doch hoi betonblöcke kann ich also auch formen wie geil ist das denn ja man kann alle blöcke glaube ich formen das das ist hart nur du kannst alles formen du kannst alles formen du willst es nur wollen äh du musst es nur wollen du willst es nur wollen mhm mhm ja ja man will es nur wollen das stimmt mhm wo ist mein Bohrer ich bin voll mit meiner Meinung äh egal wie abwegig sie auch erscheint upgraden auch schon äh austausch wir haben auch einen Button mit austauschen rotieren auf unserem Multitool ich weiß aber jetzt noch nicht ich habe das noch nicht versucht ich habe 20 Geldkarten bekommen Geldkarten? ja es gibt hier Trading Posten und so hast du einen eingeborenen getötet? ähm nicht nur einen nein sie hat einen einen halben einen halben einen halben einen halben einen halbigen wie kann man nochmal den Fahrstuhl runter auf auf C auf C genau heavy crouch so wie du sagst C wie crouching crouching ich glaube es nicht so laut machen sonst meint meine Doktor ich wer war extreme crouching äh extreme crouching so dann würde ich mal sagen ab hier geht es dann weiter rein so ja und pass auf sobald du auf Wasser stoßt lass es lass es sein ja also und abonnieren kann ich auch nicht haben nämlich schon vor 2 oder 3 Jahren ok sehr brav sehr brav ja das sind so sehr treue Zuschauer die uns schon seit Drain War begleiten oder so oder schon vorher sogar das ist schon cool ja nur jetzt ist halt Etty ein bisschen aktiver mit Streams und so das war halt damals noch nicht so der Fall ne ja da konnten wir auch nicht auf YouTube streamen hahaha das ist natürlich ein Argument aber auf Twitch konnte man streamen ja das stimmt aber es macht viel mehr Spaß auf YouTube weil da hat man ja seine ganzen Abonnenten sofort beisammen ja gut ne ich stream halt auf beiden auf Twitch ist bei mir natürlich auch noch ich find's halt immer scheiß jetzt haben wir hier das neue Projekt hochgeladen und ich hab geguckt wo wir sind in der wenn man uns sucht man findet uns gar nicht also mich findet man nicht bei Twitch ne auf YouTube auf YouTube ne das ist einfach die Scheiß weil wir zu wenig Reichweite haben ja das ist so ein Rotz und ich weiß nicht wie man da uns streamen wir ja gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch also ja ja ist halt mir wär auch eins nur lieber nur dazu fehlt uns einfach ein bisschen Reichweite dann müssen die Leute ein bisschen mehr liken ein bisschen mehr kommentieren ein bisschen mehr favorisieren die Spiele teilen und sowas teilen ja das wär natürlich geil um die Reichweite zu erhöhen dann ja das ist schön gell das ist schön doch das ist total schön ja ich kann gar nicht verstehen warum die Leute mir nicht zuschauen wenn ich stundenlang irgendwo in einem Loch rum bin ja das kann ich nachvollziehen Michael tu dir das auch ja da wollte 10.000 Stunden lang so eine Erntemaschine und alle ja und zwip die die Macht davon so so neun folgen mieser Scheiße ja ja ab ne gewissen Größe glaub ich kannst du dir alles erlauben ja ja klar ab du ne gewisse wenn du ne gewisse Art von Community hast dann dann gucken die dir immer zu ja sie sind dann immer da und ich merk's ja auch bei meinem Stream ich merk's ja auch bei meinem Stream es sind immer die üblichen Verdächtigen die da sind die kommen immer rein und sind immer dabei wenn irgendwas gescremen wird das finde ich toll ich find's auch absolut geil der Anfang Moment genau genau ja Spectre kann auch nicht mehr aber Delta kann auch nicht mehr abonnieren der hat's auch das letzte Mal schon gemacht sehr brav sehr brav sehr brav löblich was macht die Gesundheit ich weiß nicht wann du das gefragt hast ich glaub das ist schon ein bisschen länger her aber das geht ganz gut doch ich kann nicht klagen mein Anwalt ist im Urlaub ich kann nicht klagen sei es in Ordnung noch 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 was was spricht das was hat das gesagt es war ein Vogel ein Flugzeug nein es ist der Swifty im Stream genau w-w-was ok ja Aspekte des Welt hat gerade geschrien ok was ist da oh Hallo Flo so ich hab das jetzt bei Facebook geteilt mehr kann ich nicht tun wieso hast du keinen Twitter kein Instagram hast du keine Möglichkeit äh ein Schild zu schreiben und in eine Fußgängerzone zu gehen und so das kann's ja nicht sein Swifty mach mal was vernünftiges das kann doch nicht das gibt's doch gar nicht das ist so traurig absolut traurig absolut ja wir befinden uns unter dem Meer das ist eine super Sache Under the sea Under the sea Under the sea Under the sea ich weiß nicht mehr wie es weitergeht jetzt kommen wir schon zu zweit Ich bin im Berg. Ich bin im Berg. Ich bin im Berg und wir fliegen. Das Kellerkind. Heute Kellerkind. Keller, Keller, Keller. Könnte etwas zu essen? Ja, fangen wir mal ohne. Die Speckles ist schon länger da. Das ist schon so einer, der ist schon... Ja, genau. Bisschen länger da. Der ist schon länger da. Ja, der ist schon seit gestern da. Obwohl, vorgestern hat er sich auch mal blicken lassen. Ja, dann Speckles, herzlichen Glückwunsch zur Moderatorenbeförderung an dieser Stelle. Der hat mich schon vor Ionen von Jahren gefragt, ob ich mal zum Moderator befördern könnte. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und jetzt hat er nicht mehr dran gedacht, und jetzt habe ich mich befördert. So, bitteschön. Ihr Frischlinger, ein bisschen länger dabei. Ja, ja, hey, Bipaf, hi. Der Bipaf. Der ist auch Teil unserer Community. Ja. Die ganz enge, enge Community. Der gehört zu den Vergewohltätigern in der Gruppe. Genau. Wer den ganzen Scheiß mit uns mitmacht, so was ab und zu mal bei uns rumkommt. Und die wollen das alle gar nicht freiwillig. Versteht ihr die Idee? Nein, die wollen das nicht freiwillig. Die wollen einfach da zu lange. Genau. Die kriegen Schläge, wenn sie das nicht machen. Und die haben sich wohl dabei. Die denen gefällt das. Wenn die, wenn man die schlagen, sagen sie mehr. Mehr. Mach zur Ruhe. Mach zur Ruhe. Mach zur Ruhe. Hammer. 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 Ja, ja, wie gesagt. Du hast, du hast einmal gefragt. Und daher, ich habe jetzt so die letzten Spielsum im Auge gehabt. Und ja, halt den Chat sauber. Er hat, weißt du, er hat dich im Auge gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Scheiß Spanner. Jetzt geht's wieder. Jetzt hab ich mir gedacht. Ich habe 19, 29 Fleisch. Ja, sehr brav. Dann mach mal gleich Salami aus dem Zeug. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja, das stimmt. Das ist eine tolle Grafik. Das ist also echt Hammer, das Spiel. Hammer. Und überleg mal, das ist ja die Alpha. Also, wenn das mal rauskommt, das Spiel wird das ja absolut genial. Ich muss ein bisschen rübermachen. So. Das fühlt es mich doch aus. Nee, ich mich rübermachen. Ja. Ja, schau mal zu Jacky. Ist recht. Genau. Schau mal bei Jacky vorbei. Schau mal bei Eddie vorbei. Liegt das natürlich ins Videobeschreibung drin.